Während der Dreharbeiten zum Format Oberlausitz Panorama heben sich bestimmte Punkte und auch Gebäude besonders ab. So fallen dem Betrachter beim Blick über die Ortschaften im Oberland die Kirchen ins Auge. Es sind in der Regel die höchsten Bauwerke der Region und noch dazu zeichnen sie sich durch eine unglaubliche Architektur aus. Jede Kirche für sich ist ein besonderes Einzelstück mit vielen Details und einer interessanten Geschichte. Es lohnt sich darüber nachzudenken, mit welchen Voraussetzungen die Baumeister und Architekten früher in der Lage waren, solch unglaubliche Meisterwerke zu erschaffen. Dieser Beitrag soll nicht speziell auf den Glauben oder die Religion eingehen, sondern die Schönheit und auch die Harmonie dieser Gebäude aufzeigen. Selbst bin ich eher weltlich erzogen worden und trotzdem hat man unweigerlich mit Ritualen und Gegebenheiten der Kirchengemeinde zu tun. In der Regel befinden sich die jeweiligen Kirchen im Zentrum der Gemeinden und auch für Fremde und Touristen ist die Kirche stets Wegweiser und bietet offene Tore und Orientierung. Da freuen wir uns an den prächtigen Bauten und je nach Resonanz kann ich etwas näher auf das Thema eingehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020